Hey Skat-Freunde, was ist heute schon wieder für ein Tag? Jawohl, natürlich Freitag. Freitag ist Rätseltag und wir haben euch heute eine ganz besondere Perle mitgebracht. Eine verrückte Bilder-Challenge von Felix Gollz. Also wer sich an dem Rätsel nicht die Zähne ausbeißt, der hat vielleicht schon gar keine mehr. Dabei wünsche ich viel Spaß und viel Durchhaltevermögen. Wir schauen uns heute das Rätsel der letzten Woche an. Ein flammendes Herz von Theo, unserem Juniorenmeister. Der Alleinspieler tauft ein typisches Mittelgewichtsspiel, welches im Idealverlauf knapp auf Sieg steht. Vorhand findet jedoch ein ungewöhnliches Ausspiel, welches den Solisten im ersten Stich zum entscheidenden Fehler verleitet. Ja und wer hier unsere Rätsel kennt, wer fleißig dabei ist und aufmerksam dabei ist, auch in der Vergangenheit schon gerätselt hat, der erkennt vielleicht schon die Analogie. Die Eröffnung ist hier nämlich mit der Trumpflusche. Zum Rätsel 65 von unserem Altmeister Walter van Stegen. Was für ein Gedanke! Und dass der Theo diese Tricks mitnimmt, dass er die Theorie schon kennt, das zeigt doch, warum er auch in so jungen Jahren direkt als Quereinsteiger schon Juniorenmeister werden konnte. Denn mit vier Trümpfen ist es häufig gar nicht die allerdümmste Idee, Trumpf auszuspielen, um eine mögliche Trumpf-Endspielverteilung im eigenen Sinne zu gestalten. Und die anderen Farben sehen ja hier auch wirklich noch nicht so attraktiv aus. Man ist natürlich auch noch, es ist natürlich auch noch nicht klar, was hier die Schwächen oder Schwachpunkte des Alleinspielers sind. Und man kann eben auch dann mal mit Trumpf eröffnen und im Spielverlauf in den anderen Farben arbeiten. Also, Partner geht mit dem Pik Buben rauf. Alleinspieler lässt sich tatsächlich dazu verleiten, hier den Kreuz Buben zu nehmen, um erstmal das Tempo zu bekommen. Was auch schon ein recht klares Indiz dafür ist, dass es nur ein Fünftrumpf-Spiel ist. Und damit ist das jetzt quasi angerichtet auf einem relativ schmalen Pfad. Können wir hier gewinnen. Die erste Geschichte ist, wir müssen diesen Trumpf-König laufen lassen. An dem Trumpf-König wird noch deutlicher, dass es nur ein Fünftrumpfer ist. Ansonsten würde der Alleinspieler typischerweise hier nicht dieses Bild hier schon anbieten. Dann hätte er ja noch die Lusche und die Dame und Karo Buben. Also, da würde er schon Augen verschenken. So gesehen absolut klar, dass unser Partner jetzt noch einen Trumpf mit hat und sehr wahrscheinlich eben auch die Lusche. Deswegen bleiben wir einmal raus, damit wir hier mehr Augen in den Trumpf bekommen. Der Alleinspieler erwittert hier natürlich die Blanke 10 bzw. die Engine spielt optimale Züge, holt uns die Blanke 10 raus und geht dann mit Trumpf vom Stich. Logisch, den müssen wir jetzt mitnehmen und es ist natürlich auch naheliegend, hier jetzt erstmal das Peak Ass reinzutun. Menschlich denke ich auch ganz üblich jetzt Trumpf Ass abzuziehen, um einen späteren Einschub zu verhindern. Denn man kann schon so ein bisschen sehen, der Alleinspieler wird natürlich Peak Dame Lusche gedrückt haben. Was ist eine ganz naheliegende Drückung? Hat er jetzt noch Karo Ass, Dame in der Hand und eben Kreuz 9 und Dame? Das heißt, entscheidend wird sein am Ende, dass wir die Karo 10 auf Kreuz König und Dame nach Hause bekommen. Deswegen sicher ganz üblich, hier erstmal mit dem Herz Ass die Peak 10 abzuziehen. Tatsächlich offenbart die Analyse, auch Peak König würde den Job genauso erledigen in dem Moment. Aber so wird es wahrscheinlich eher ein Mensch spielen. Und jetzt haben wir hier kurz vor Schluss auch nochmal eine Situation, wo man ins Fettnäpfchen treten kann, wenn man nicht ganz präzise rechnet. Also wer jetzt eben schon zu früh Karo öffnet, der wird das Spiel wieder nicht gewinnen. Wie das genau abläuft, könnt ihr ja gerne ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch an der Stelle ein bisschen rumgerätselt und dann gesehen, dass der Alleinspieler dann wieder die Möglichkeit hat, einen Stich quasi im Kreuz zu sparen. Es ist nötig, jetzt hier den Peak König ins Feld zu führen und der Alleinspieler kommt mit Stechen nicht hin. Er hat als ideale Karte einen Abwurf und er kann es sich an sich auch nicht erlauben, jetzt hier einfach die Karo Dame abzuschmeißen, weil er es euch damit zu leicht macht und es auch zu offensichtlich ist, dass er ihn dann direkt ins blanke Karo Ass einspielt und immer noch den Kreuz Königstich gegen die Dame macht. Also er wirft sich hier die Kreuz Dame quasi blank, also er wirft die Kreuz 9 ab. Und jetzt kommt natürlich der Einschub in Karo und ja, menschlich wäre hier eben den Karo König zu legen. Die 9 macht es euch sogar im nächsten Stich ein bisschen leichter, aber wir gehen hier mal mit dem Karo König rauf und dann stellt hier die Engine eben wieder die nächste Falle auf, wer jetzt die Karo Dame mitnimmt. Der kommt zwar damit auf 56, wird aber im Endspiel jetzt den Kreuz König verlieren. Das heißt, danach können wir nur Luschen anbieten und die Engine wird Kreuz Dame abwerfen. Also ist es hier nötig, noch einmal wegzubleiben aus diesem Stich und dann im zehnten Stich erst wird das Säckchen zugemacht. Kreuz Dame, Kreuz König mit der Karo 10 genau auf 60. Ja, Pik Dame 9 gedrückt, ganz normal. Wenn alte Weisheiten über Bord fliegen, wie hier mit der Eröffnung in Trumpf und dem trickreichen Endspiel, zeigt sich für einen kurzen Moment der besondere Zauber des Skatspiels. Funkend, sprühen, Feenstaub rieselt auf dich herab. Ich hoffe, ihr habt das auch genauso empfunden. Ich hoffe, ihr habt euch diese Belohnung abgeholt und genossen. Dann bleibt mir nur zu sagen, jetzt noch einen schönen, hervorragenden Restfreitag und hoffe, dass dann ein grandioses Wochenende vor euch liegt. Vielleicht mit ein wenig Skat und dafür wie immer gut glatt. Musik 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 Musik